Hallo und herzlich willkommen zu neuen Folge Minecraft Sky Adventure. So, in letzter Folge haben wir bemerkt oder gemacht, Kontrolle hergestellt und jetzt nehmen wir euch dann die Drive zu bauen und uns fehlen noch ein paar Teile. Wir haben das Problem, wir müssen jetzt diesen Prozessor-Binning bauen. Das heißt, wir brauchen einen Slime-Block. Habe ich RISE? Den RISE Slime konnte ich mir nicht kopieren. Ball? Ball? Nein. Aber ich habe Reis, äh, also Bone, Knoche, Knoche mal, so. Ich habe Reis, habe ich glaube, immer angepflanzt, wenn ich mich nicht ganz irre. Und zwar hier. Ich werde jetzt auch ein paar Reis mal ernten, wenn ich nicht viel brauche. Ich bin ja nicht sicher, ob wir die nachher kopieren können. So, okay. Ähm, wir haben jetzt, ah, das war das. Warte mal. Reis Slime Ball. Also ein Wasserkessel. Ja, ich sehe es schon. Wir können das nicht, äh, nachher nicht vervielfältigen, automatisch. Also, Watter. Okay, anschau. Achso, Wasserkessel, okay. Das heißt, wir können dann das hier und dann das hier. Zack. Watt? Wie? War doch so? Crafting? Achso. So, okay. Okay, so kann man was machen. Ähm, eigentlich ist es das, Processing Bind, das kann ich. Okay. Das gibt es, das gibt es im Ziel Wert. Okay. Binding. Okay. Das Zeug wird rauswerfen. Und ich sehe es auch so. Und gut, okay, das hätten wir mal. Reis Ball. Okay. Ähm, wahrscheinlich ist es, wir freuen uns. Einmal brauche ich es wieder und dann habe ich es wieder nicht mehr. Okay, mal kurz. Ähm, zack, zack, zack. Diamant. Jetzt sehen wir uns Silikons Problem jetzt. Silikon, Schreddern. Äh, Netter Quarz. So, Silikon, Schreddern. Äh, Quarz. Ähm, so. Mal schauen, was jetzt rauskommt. Okay, die falsche Maschine. Ah, Alice Melter. Äh, der fehlt uns ja noch. Hä? Ja, Silikon, Schreddern. Ja, Silikon, Schreddern. Also ob wir jetzt ein Silikon, Schreddern hier haben, natürlich, natürlich nicht. War aber echt, ey. Das ist falsch, oder? Was ist da vorne? Es ist Melting. Normalen Ofen. Ähm, ja. Das müsste eigentlich, dass dann ein Trächen rauskommen. Silikon, okay. MC gibt es auch. Äh, Silikon. Warte mal, Silikon ist 24. Wie kostet eigentlich ein Netter Quarz? Äh, okay. Das lohnt sich jedenfalls nicht zu. Es gibt so wenige, ey. Netter Quarz viel teurer. Okay. Aber ich wollte mal einen Block Break oder ja noch bauen. Naja, so wie dazu. Ähm, so, jetzt ist die Frage. Haben wir jetzt alles? Ah, die ja. Ich muss kurz hier was verkaufen. Ähm, rausschmeißen einfach so. Okay. Hm, hm, hm. So, ganz ehrlich. Prozess. Ja. Okay, und jetzt haben wir hier. Den Brennen. Hm, hm. Im Ofen. Wenn ich gleich das Ball in den Furna erstmal bauen muss. Damit wir es können. Das erste Mal hier auch, sehe ich gerade. Das erste Mal hier auch, sehe ich gerade. So. Börbis Kurser. Ähm. Okay, Prozessor rein. Prozessor. Okay. So, jetzt bevor ich das was mache. So, jetzt muss ich, muss ich ein, ähm, craft, crafting monitor, oder? Ähm, crafting manager, crafter, crafting monitor. Ähm, crafting monitor. Okay, ich brauche ein, ähm, craft, grid. Okay, ich brauche ein, ähm, crafting grid. Ne, eigentlich brauche ich nicht zuerst eine, ne, crafting grid. Also ein grid. Also ein grid. Grid heißt das grid. Grid, pattern grid, crafting grid, grid. Ah, so crafting grid. Crafting Grid haben sie, also Crafting, Crafting Grid, was sind aus Crafting Grid, wir verarschen, achso, bei Crafting Grid zu machen ist okay, also, Maschinen Case, okay, wir haben keinen Maschinen Case, echt, weg mit dir, weg mit dir, so, also, ähm, also Stein, so, irgendwie glaube ich, was für Maschinen Case, Ah, ja, ja, nicht mit, mit SCH, sondern, ja, alles klar, Construction Core, Basic Prozessor, So, bra, auch brennen, können wir gleich den Ofen da oben mal hinstellen, wahrscheinlich, vielleicht wäre eine Fuhren, ja, ist nicht schlecht, aber ich glaube, ich mache jetzt alles danach, wenn mal, das ganze ME System funktioniert, So, immerhin können wir die Prozesse hier mal wieder reinwerfen, so, Basic, okay, so, ähm, ja, gut, dann geht es weiter, was fällt uns jetzt? Lüftstein, okay, Lüft, Lüft, Lü, ah, da ist es, ein Stack, Ah, falsch, natürlich hier, äh, Construction Core, Construct, so, So, Gold, Gold, Also, das war hier doch ein Ofen, ein Ofen, 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 Äh, Co-Boxer, Da war ich sonst die ganze Zeit, ich will mich hier, hier und her rennen, Die Scheiß-Besiehe schon auch in den Kommentaren, Virus, warum rennen Sie die ganze Zeit nicht her? Ich bin ganz bescheuert, oder was? Ra, Ra, So, Ra, Zack, Da habe ich da bescheuert, ich bin in den Beziehung, Oh, in seinem Video ist extrem ab, Ich glaube, wir müssen langsam schauen, Ähm, Construct, Oh, ich glaube, ich habe es gelesen, wie es hieß, Improv, Improv, Uh, wir haben fast keinen MC mehr, Ein bisschen was reinwerfen, Destruction-Core, Destruction-Core, Ok, es gab sogar noch welches, Das ist ein Bindingsilicon, so, Also, da haben wir einen Grid, Können wir das Grid einmal reinwerfen, Grid, Häh Äh, Häh, wir haben jetzt nicht angekommen, Häh, Body, mal Grit. Hä? Äh, ja das stimmt nicht. Wo war ich denn jetzt grad drin? Äh, wieso? Moment mal, über das Ere ist ich falsch gegangen. Ah, Moment mal. Ach so, wenn ich zu wenig MC habe, wird es nicht angezeigt, jetzt verstehe ich das, aber warum, warum wird es so angezeigt, dass das Ding falsch schwer. Advents. Das, das stehe ich nicht ganz. So. Jetzt geht es plötzlich wieder, okay. Okay, Holz. Okay. Crafting. Ja, ich weiß nicht, wie es ist. Tisch. Ähm, Arbeitstisch. Kraft. Kraft. Wie heißt es auf Deutsch? Keine Ahnung, Holz. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich hab keine Ahnung mehr, wie hieß es? Werkbank. Ah, toll. Ähm, okay. Zack. Äh. Ahnung, Crafting Grid. So, MC. Zack. Okay, da war innen ein Erfolg. Ähm, ich glaube da war irgendwie hier drüben wahrscheinlich. Da gibt es doch so einen Maschinerie Erfolg. Maschinerie Erfolg. Warne das jetzt. Irgendwann gab es da einen Erfolg dafür. Bilder. Bilder. Atomik. Atomik. Maschinerie Erfolg. Kontroller. 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 Ja, und Kontroller doch. Kontroller. Kontroller. Und Crawst und Grids haben jetzt auch wieder hergestellt. Ach so. Ah, da war es natürlich logisch. Hä? Ah, nicht. Ich muss rausgehen. Okay. Ah, der Controller wurde abgegeben. Na toll. Ich gebe den auch gleich ab. Was ist da? Ach so. Alles klar. Disk Drive haben wir auch bereits gemacht. Disk Disk Drive, so. Jetzt wird langsam das Zeug bisschen flöten, so. 120 Dollar haben wir schon. Alles klar. So, also Crash and Grid. Setz ich mal das hier nebenan hin. Okay, hier kann man craften jetzt. Okay, jetzt muss ich aber noch ein Disk bauen. Das kommt ja noch dazu noch. Jetzt schreibe ich aber kurz einen Brecher. Einen Block Breaker. Der Schwabe meinte, mit dem Block Breaker. Longwinds, Person, Breaker, Auto Breaker. Könnte ich, könnte ich das Ganze automatisieren. Dass der Chaos da gebrochen wird. So, ich bin ja genau im Spitzhacker. Nicht schlecht. Was kommt Plastik? Habe ich Plastik schon drin? Oh, habe ich so ein Glück. Wollt schon sein, jetzt habe ich das Problem. Ja, Block Breaker. Also, was braucht ihr dafür? Ich habe hier schon gebaut. Maschinen Frame. So, Maschinen Frame. Okay. War ein Goldschuh zu viel. Okay. So, dann brauche ich noch. War nicht zu viel. Ich habe zu wenig. Redstone und Eisen. Okay. Iron. Und Redstone. So, jetzt habe ich, jetzt fehlt mir noch die Schaufel. So. Äh, falsch. Das heißt, das ist der falsche Einwischte. Iron. Ich habe gar keine normalen Eisen drin. Ah, nee. Ese. Naja. Schwarzdeutsch. Ich weiß. So. Jetzt ist es. Ese Schufla. Okay. Ese Schufla. So. Zack. Zack. Ähm. Ich weiß, Ese. Die machen wir jetzt auch mal Ese. Okay. Äh, zack. Zack. Block Breaker. Block. So. Habe ich einen Hebel hier schon? Ne, habe ich nicht. Okay. Das heißt, brauche ich einen Bruch, Bruchstein. Bruchstein, zack, Bruchstein, zack, zack, Hebel. Hebel. Ein Hebel. Wer kennt nicht ein Hebel? Hebel. Hebel. Ah, Hebel. Ach so. So. Also, schauen wir gleich, wie es gut ist. Also, wir haben hier die Coverstone-Maschine. Und jetzt meint der Schwabe, ich müsste nichts anderes machen, als, so, den Block Breaker daran binden. Ich habe meinen Spitzhack natürlich jetzt verwertet. Scheiße. Ähm. Okay, warte mal kurz. Jetzt muss ich schon schauen, wie ich das mache jetzt. Also. So. Jetzt habe ich den Block Breaker hingebaut. Natürlich in die falsche Richtung. Ach, du heilige Scheiße. Jetzt muss ich jetzt auf das Spitzhackrohr. Okay. Ob das wirklich klappen wird, werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich schon einmal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lass mir einen Like da. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn es heißt Minecraft, ähm, Sky Adventure. Bis dann und bye-bye. Das schwarze Pferd. Ja, das war die heutige Folge von Minecraft Sky Factory Adventure. Ich bedanke mich schon einmal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lass mir einen Like da. Könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren, falls es noch nicht geschehen ist. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann und bye-bye. Bis dann.